Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Bay Wizard 101. Hier ist wieder Kid Kallis und der Julian. Der Julian ist gerade draußen und wartet auf uns, sozusagen. Auf mich. Ähm. Tja. Ja. Und wir müssen hier diesen komischen Tücken besiegen. Ich habe hier zwei Gehilfen geholt. Ich weiß schon, dass ich mir den schwarzen Wolf mal die Tage holen werde, weil ich den schon mal immer haben wollte. Den grauen Wolf. Jetzt haben sie einen Kamel hier drin. Kamel? Ja, als Reittier. Die haben auch Ideen. Den Löwen können sich auch wieder für Gold holen. Das finde ich auch blöd, dass man ja zum Beispiel nicht hier, man kann ja im Kronenjob Sachen auch für Gold kaufen, dass man die sich jetzt nicht an Freunde schenken kann. Man muss die ja mit Kronen holen. So. So. Boah, wie lange dieser Kampf hier schon wieder dauert. Ich hasse sowas. Chup, 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 chum. Komm, wir ziehen mal eine Karte. Vielleicht habe ich irgendwas Cooles dabei. Komm, wir machen mal... Erstmal das. Aber das werde ich mir auf jeden Fall mal merken, dass man sich zur Not auch mal so ein Gehilfen holen kann, wenn es gerade wirklich brenzlig ist. Das habe ich jetzt auch mal eine Schulquest, die wir 60er Schulquest gemacht haben, die habe ich einfach alleine nicht hinbekommen. Der Tier, wie ich glaube, 19.000 Leben oder so und das war einfach zu viel für mich. Da habe ich auch noch Hilfe herangeholt und dann... Oh, ich sage mal, dass wir... So lange mal zu übergegeben, wo es wirklich auch schwer ist, da... Gibt man auch nicht wirklich viel für auszahlen. Ich sorgt jetzt noch mal, was hast du denn noch hier für schöne Sachen? Du bist ein Wächter, hast noch kein PvP, die du er gemacht hast. Nein. Mein LL5, ich muss echt deine Ausrüstung ausbessern, würde ich sagen. Was noch mal mehr Damage, weil da geht echt schon einiges mittlerweile, denke ich. Wenn wir nachher noch nach Mohan gehen, da gibt es ja wieder ordentlich Erfahrungspunkte für meine Verhältnisse. Und da bin ich eventuell auch... ...dann rasch in Level 45. Samus auch die Hoffvögel, weil hier oben ist auch gleich einer bei diesen vier Vögel, links. Ja, ja, sicher sammlich, die kannst du mir gerne sagen, wenn da einer ist. Und dir gibt es was zum Mitnehmen gleich, wenn das Tor offen hast. Oh. Was zum Mitnehmen? Ja, du willst sonst mal alles mitnehmen, wenn es irgendwie geht. Geil, geil, geil. Ja, super. Eine Rabenfeuerschade kannst du gleich holen haben. Juhu, es ist geschafft. Na, endlich. Ja, du bist halt noch sichtbar. Ich sag's nur, also du kannst auch gar nicht sichtbar lassen, ich weiß ja nicht nur. So. Meine Gehilfen waren okay, sie haben ihn auf jeden Fall abgelenkt. Und das ist sehr, sehr gut. Ja, alles ist ja auch eher so defensiv viel Leben, wenig Angriff und. Ich habe deine Fälligkeiten unterschätzt und für meinen Fehler bezahlt. Du bist ein würdiger Gegner und das respektieren. Ich wünsche dir, doch bist du aber nicht hier, ne? Nee, nee, nee. Vielleicht sehen. Jetzt muss ich mal ganz ausreden. Gucken in seiner Höhle. Nordmann Hallo da bin ich wieder auch bei der Euro um ein Gott du lebst ja wie gesagt die Leute können sich gerade Porten du kannst gehen so lassen ich weiß nicht nur ein bisschen ich antworte noch den Tom Glitzer Lichter schreibt mich schon wieder die ganze Zeit bis sie echte Kiel kann echte wohl dieser Faker damals sei der sie auch Kevin Kupferknopf genannt hatte mit der Wolkungen der Eier Prozent die Westerwein dachte ich so hey hatte ich wieder freundes ist so gelöscht dann habe ich auch gesehen ja klar der Welt jetzt nur so hat passt ihn nicht ganz und weg bin ich so ist es zu weg das ist so wo 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 war die Schale hier oben wenn man ins Haus reingeht oder wie er wenn die oben reinkommen ist Kassel jetzt frei oder soll zu sehen ja ja da muss ich eh hin jetzt schlufen da wieder die Ladies rum Schau mal kurz in uns glaube ich gleich mal gehilfen ran schaffen dass wir am besten ich in gleiche Stufe siebziger ja Moment wir müssen aber vor was kann ich denn jetzt hier mitnehmen ich glaube hier rein jetzt die Linse er ist ein Feuerschlag da ist ein Hofvogel solltest du sie sammeln perfekt sehr gut wir müssen aber mal gerade eine kurze kleine Pause von fünf Minuten machen okay ist das in Ordnung für dich ja bevor wir da reingehen dann unterbreche ich nämlich jetzt mal ja gleich in der Folge wird es gar nicht so sehr auffallen ich werde jetzt mal die Folge gerade unterbrechen okay und tschüss ja 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 hi da bin ich wieder zurück ich habe gerade eine kurze Pause gemacht und der Julian hat hier einen Schlendrian genommen so heißt der sieht ja wirklich aus was sagst du der ist 40% langsamer ja wie der macht die 40% langsamer halt wie schnell ist denn dein Drache mit dem du unterwegs bist äh 40% schneller von der alle Reittiere achso und der hier ist einfach ganz normal äh ne der ist 40% langsamer von der normalen Laufgeschwindigkeit hä echt wofür hat man den denn dann überhaupt war nur so na gut der heißt ja nicht umsonst Schlendrian ne ja laut Wizard101 um die Landschaft zu genießen na gut für dich 1.600 oder so nur also okay aber es schick ja man kann sich auch kaufen um sich in sein Haus zu stellen stimmte da so ein bisschen rum steht und selbst und seltsam aussieht Schnelldorfer so gehen wir rein noch mal die vier Hexen sind die das jetzt oder wie na dann deswegen ich noch an so im Hut zu den 50er leben dann mach ich einfach ein 70er ja keine Ahnung was oder wie machen wir das am besten ich schau mal ganz kurz nach welches nochmal gab der immerwinter steht vor der Tür oder holen sie einfach Sturm 95er dann sind wir da richtig schnell durch ich weiß nicht was du lieber hast aber du holst Sturm 95 könnte ich machen ja und ich hol was ja mir ist egal ich kann gerne Sturm 95 Sturm 95 holen dann sind wir ganz schnell durch denke ich muss aber nicht ja gut dann komm machen wir such du dir einen aus und ich hol Leben 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 Dinge zu können ja such sie aus einfach ich nehme jetzt erstmal den oder wir nehmen Ballon ach ne mal war jetzt den ich hab den noch nie gehabt also das ist auch mal interessant heute schön aus ich habe einen richtigen Angriff könnte ich die auch wegbekommen aber die machen echt auch ziemlich gut der Mensch eigentlich so auf geht's jetzt sind wir gut dabei auch Sturm 95 witzig haben wir haben jetzt immer richtig nicht klotzen kleckern oder nicht kleckern sondern klotzen ist auch egal ich muss auswählen habe ich doch gerade muss auch noch was machen und zwar ich hab ich hab das aber es wird richtig am wagen der sieht aber wirklich cool aus hier der 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 Sturm Typ ich frage ich mal was das jetzt für Zauber auch macht 95 muss uns ja was zeigen ja kritisch ne greift natürlich den Sturm Typen an und der heilt jetzt niemanden der noch voller Leben ist ja okay ihr seid ja eine große Hilfe Leute meiner ist ein Geist oder wie okay ich dachte einer sehr coole aus echt mal schämlich okay dann haben wir jetzt ein Problem wieso weil wir jetzt angegriffen werden ja aber wenn wir sterben also der macht uns der heilt uns alle wieder und so viel war das jetzt auch nicht ne stimmt ich glaube Stufe 95 war jetzt auch ein bisschen übertrieben für die Gegner aber muss auch mal sein ja Schluss mit dem Hexen hier das ist ja noch im Horden Jesus in jedem Horden 47 wie süß ich hab die wie schnell stärker in Erinnerung gehabt aber irgendwie naja da ich gleich sagen sie alleine war und alleine gegen die vier ist dann für Sturm auch wieder schwieriger wo sie was die jetzt machen der Sturm macht erst mal Anruf auf alle Gegner gehört sich doch so sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut lobenswert allerdings lüblich lüblich der andere was den komischen Astralzauber den ich noch nicht kenne schade dass die auch nicht für Gold gibt die wissen schon wie sie ihr Geld verdienen ja jetzt macht sie natürlich keinen kritisch ja super wie lächerlich die holt ja richtig rein hm also für 95 ich mein das schaffe ich auch noch deswegen ja welches Level bist du nochmal? ich glaube ich bin jetzt 64 mit dem ok na super danke du der Halt ist jetzt du der Halt ist jetzt ja ne brauchen wir ja auch noch nicht also wenn es eben die 200 erst verloren oder sowas ja eben ja der Halt jetzt dich bum 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 ich kann jetzt auch einfach mal ganz stumpf auf alle gehen ohne jegliche Art von Schildern manchmal das minus 25 mach ich wenigstens noch das ist die Spannung die Spannung knistert wir sind gespannt was unsere Freunde da so machen ja ich muss ja mal was zeigen mit ihrem Level ach ja danke ich bin auch fast aufgefüllt ja wir sind ja auch heiler ist ja schon kritische Heiler ja ok das hat jetzt gebraucht die meint's nur gut mit dir nett ich nehme das persönlich nett einfach ist nett mehr gibt's dafür nicht ja nett 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 mein Pad ist auch nett mal sehen was sie jetzt uns tolles zeigen boah richtiger harter richtig harter Angriff so richtiger ich könnte jetzt nein das war ironie äh versuch ich kann jetzt entweder auf alle gehen oder auf ein ungefähr 1300 näher also 2000 ja egal ich war aufzulabern verstehst du wahrscheinlich eh nicht so weh ich bin ich bin wieder vertu mach ich ja war ich ja war drauf ja ja Puh aber welche ganz allein dann das hätte ich wahrscheinlich gar nicht geschafft ne auch wie gesagt die 50er Gehilfen damals geholt nein nein ohne Gehilfen meine ich jetzt ja ohne Gehilfen damit ja eben das meine ich ja ohne Gehilfen schafft man das oh der ist aber cool den hab ich noch nie gesehen hab ich vorhin schon mal gezaubert den ja wann hast du den denn gezaubert ja irgendwann mal vorhin schon frag mich nicht mehr wann das war den Zeus gezaubert ja den hab ich aber auch schon gemacht hast du wohl nicht aufgepasst ne erwischt ich hab alles auf Video ja du hast alles auf Video und ich weiß auch genau wie du meinst dass du grad immer auf Facebook was guckst oder sowas ah ja das kann natürlich sein dann hab ich das irgendwie beschäftigt das weiß ich wohl noch okay na gut ach gibt's den für Sturm auch ja wie ja da diesen Hürden ja es halt so kann halt ich jetzt nur so ein Gehilfensauber ach so okay ich hab's nämlich auch gerade das erste Mal gesehen aber für Level 95 für 400 Kronen ich find das ist grad ziemlich mager ich hab Level 50er nehmen können ja ne ich bin auch ein bisschen äh enttäuscht ein bisschen verärgert für die vielen Kronen die ich ausgegeben hab dafür was macht der jetzt für den Zauber? keine Ahnung was das sein soll kannst du ja drauf halten dann siehst du ja die Karte einfacher Angriff hm ja hm 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 und ich bekomme mir einfach nichts vernünftiges ne ich kann dir plus 35 geben wenn du willst mach ich einfach mal ja mach ruhig mal Tom Todeswolke du bist doch mit Kajus im Dungeon oder? kannst du mal bitte einen schönen Gruß sagen schönen Gruß von Tom Todeswolke ja Tom Todeswolke vielen Dank für den Gruß hab doch mit Tom Todeswolke eben schon ein bisschen geschrieben ich will ihm jetzt auch ja wie ist es kritisch immerhin 800 Kuma ist ja schon mal für zwei Pips schon mal anfangen ja aber ja ich nehme die 50er nächstes Mal ich glaube ich auch die tut es eigentlich ganz gut die tut es eigentlich ganz gut das wird sich am Horden jetzt wo du los in jedem Haus nicht wobei so kam es noch nicht total still da weiß ich noch nicht was ein großartig erzählen soll ja ne ja manchmal ist das einfach so ja da muss man zustehen so aber ich beende mal gerade die Folge und tschüss ja 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 ja